Hallo! Wusstest du, dass du mit dem Handy Langzeitbelichtungen machen kannst? Das Ganze nicht nur in der Nacht, wenn es sehr dunkel ist und du eine Spiegelreflexkamera hast und lange Belichtungszeiten hast. Das Ganze kannst du auch erstens tagsüber machen und zweitens direkt mit dem Handy. Dazu, so wie beim iPhone hier zum Beispiel, musst du nur die Live-Funktion aktivieren, hältst die Kamera bzw. das Smartphone ruhig und drückst einfach auf den Auflöser. Dann passiert nämlich folgendes, dann erstellt er ein Bild, das ist eigentlich ein kleines Video, Bildschirm nach oben wischen und dann hast du hier verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten und eine davon ist Langzeitbelichtung. Ja, und das sieht dann so aus. Ja, ich sitze hier mitten in der Stadt, neben mir habe ich gerade Eis gegessen, und ich komme gerade ein bisschen blöd vor, weil ich hier mit dem Handy rumlaufe wie ein Teenager. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!